Wenn alle Bäume tot sind, kommt der letzte Atemzug. Mit eurer Arroganz ist es genug. Wenn alle Bäume tot sind, kommt der letzte Atemzug. Mit eurer Arroganz ist es genug. Ich glaube, es gibt nie den Zeitpunkt, an dem alle Menschen einer Meinung sind. Ehrlich, es gibt die Leute, die zusammen abhängen und so. Die, die sich ohne Worte verstehen. Solche Leute sind wir. Und wir haben uns Namen gegeben. Die Legner? Sie wollen den CO2-Ausstoß verringern und Fleisch essen reduzieren. Die Snathas? Sie wollen mehr Tiere haben, damit sie mehr Fleisch essen können. Los ihr Hippies! Saucht und fühlt euch leer! Die Snathas belasten die Luft mit Chemikalien. Und das sind wir, die Seekarns. Wir zweifeln an uns selbst, sind immer unzufrieden und möchten bewundert und beschützt werden. Legner und Snathas versuchen uns, auf ihre Seite zu ziehen. Das ist Diva. Die Legner sind gegen Obdachlosigkeit, Drogen und Krieg. Karl der Große ist über 1000 Jahre alt. Legner setzen sich für Tierschutz ein. Und eines Tages fand Karl der Große heraus, dass die Snathas einen Jahrtausende alten Ring aus dem Familienschmuck der Legner geklaut hatten. Scheiße, ich habe meinen Ring verloren. Oh nein, meinst du den alten, kostbaren Ring, den du dir gestern auf dem Bild gezeigt hast? Genau den. Ich habe so einen alten, kostbaren Ring an Thanos' Finger gesehen. Oh ne, jetzt hast du uns einen Boss verraten. Er musste ihn zurückgewinnen. Er musste ihn zurückgewinnen. Oh mein Gott! Einmal verliebte sich ein Snathas in einen Legner. Sie musste in ihrer Liebe geheim halten. Das ist von ihm. Endlich! Die Musik. Du hast du einen Blatt verraten. Allo her, das war die Schmerzen des Vogels. Ich habe ihn mit ihm verraten. Das war er, ich Intoick. Ich bin ein Jahr. Ich habe ihn mit ihm vorgelegt. Ich war das. Ich habe ihn mit ihm vorgelegt. Ich bin von ihm. Die Legner sind viel in sozialen Netzwerken unterwegs. Ja, diese Autos, die fahren immer hier rum. Die machen, was sie wollen. Grüne Blätter enthalten Chloroplasten. Und die Bäume, die unsauerstoff. Und wir atmen Kohlen-Dioxid aus. Und die Bäume wandeln jetzt in Sauerstoffen. Genau, wenn alle Bäume tot sind, machen wir unseren letzten Atem zu. War's echt? Echt. Muss schon irgendwie funktionieren. Seien wir dir helfen? Na. Hey Shanta, ich find's gut, dass wir die Bäume anpflanzen. Ich auch. Und hier muss auch noch ein bisschen Sand hin. Ja, aber kein Wasser mehr. Wir müssen noch mal Wasser holen gehen, ja? Was für ein Sand. Ja. Ich muss noch. So, jetzt. Boah. Wir haben hier eine Schnase gemacht, wir haben jetzt kaputt. Was ist das denn da? Was für Schanas sind! Scheiß Pflanz wird hier rum! Diese Scheiße! Wie in Ruhe! Lass sie rum! Wie auf die Fieber! So toll, meine Scheiß Pflanz ist! Scheiß, wie lass es mir! Lass sie rum! Oh, nee. Warum pflanzen die Legnerbäume ein? Keine Erdbeeren oder Bananen. Kokosnüsse. Aber das geht doch nicht. Ich werde wegen dem Klima doch gar nicht erwachsen. Stimmt. Okay, wie wäre es dann mit... Äpfel oder Knutschen. Oder Würmen. Ja, das klingt gut. Diva, wie findest du das? Gute Idee. Soweit, so gut. Aber dann kam der Tag, an dem es echt gefährlich wurde. Hey, ihr armen Kinder und die Sprechstab. Was ihr eigentlich scheiß macht hierher? Bei Zepf, Alter. Weg von unserer Stage hier. Halt, stopp! Hört mal auf, euch zu streiten. Wozu tut ihr das? Gewalt ist keine Lösung. Hey, girls, hört doch mal auf. Sofort vertragt euch. Girls, hört auf. Okay, wir sind euch wieder. Okay. 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 Wenn alle Bäume tot sind, kommt der letzte Atemzug. Mit eurer Arrogan ist es ist genug. Hört, hört auf, euch zu streiten. Dann wisst ihr, was ihr tut. Gemeinsam sind wir stärker. Doch dazu braucht es Mut. Hört auf, euch zu streiten. Dann wisst ihr, was ihr tut. Gemeinsam sind wir stärker. Doch dazu braucht es Mut. Und dann wisst ihr, was ihr tut. Oh, so wird es gut. Dann wisst ihr, was ihr tut. Timm mal zu sein.